Josef Goebbels als Hitlers engster Vertrauter und durch seine vielfältigen Funktionen in der NS-Hierarchie hatte ein detailliertes Insider-Wissen zu allen Plänen und Handlungen Hitlers sowie fast aller Institutionen im Deutschen Reich und der NSDAP. In seinen umfangreichen Tagebüchern ist dieses Wissen sorgsam aufgezeichnet. Diese einzigartige und absolut authentische historische Quelle ermöglicht einen völlig unverfälschten Blick auf die Geschichte des Dritten Reiches und die Judenverfolgung. Josef Goebbels führte seit 1923 durchgehend Tagebuch. Die ersten Jahre handgeschrieben, dann diktiert in Maschinenschrift. Vor dem Kriegsende ließ er seine Tagebücher in einer Vorform des Mikrofisch-Verfahrens aufnehmen, wohl um für eine später zu schreibende Geschichte des Nationalsozialismus und seine dabei herausragende Rolle eine detaillierte Quelle in seinen Sinnen zu schaffen. Seine Tagebücher galten nach dem Ende des Dritten Reiches bis auf Fragmente, die sich aus verschiedenen Quellen und Formen in den folgenden Jahrzehnten fanden als verschollen. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion öffneten sich die Archive in Moskau, wobei auch die Glasplatten mit den Aufnahmen der Tagebücher von Goebbels gefunden und der Wissenschaft zugänglich gemacht wurden. Die unzähligen Publikationen zum Thema Drittes Reich und Judenverfolgung geben meist mehr oder minder fokussiert Darstellungen und Wertungen nach den persönlichen Maßstäben des Autors wieder. Entsprechend wird dabei das vermeintlich Wichtige hervorgehoben und anderes vermeintlich weniger Wichtiges ausgelassen und damit das tatsächliche Geschehen oft nur selektiv wiedergegeben. Die Tagebücher von Goebbels können diese vorhandenen Lücken schließen. Die Auswahl zu den umfangreichen Aufzeichnungen von Goebbels bezieht sich in dieser Dokumentation auf die erstmals zusammenfassende und vollständige Wiedergabe seiner Unterredungen mit Adolf Hitler von 1939 bis 1945 und im dritten Band dieser Reihe Themen bezogen auf seine gesamten Aufzeichnungen zur Judenverfolgung im gleichen Zeitraum. Was diese Zusammenstellung der Tagebücher von Goebbels so spannend macht, ist natürlich nicht seine Nazi-Ideologie, die bei ihm Grundlage aller Betrachtungen war, sondern die sonst nirgends gegebene unmittelbare Einsicht in sein Denken und Planen und vor allem in das seines bewunderten Führers Hitler. Den notwendigen Kontrast hierzu bilden die heutigen Erkenntnisse. Sie werden zu jedem bedeutenden Thema in prägnanter Zusammenfassung wiedergegeben. Eine Chronik in Schlagzeilen erlaubt die Einordnung dieser Aufzeichnungen in das Gesamtgeschehen. Diese Dokumentation ist eine wichtige Ergänzung zur geltenden Geschichtsschreibung, denn sie widerlegt auch oft eingefahrene Denkschablonen und zwingt zu neuen Denkansätzen. Band 1 dieser Dokumentation umfasst die Unterredungen mit Adolf Hitler im Zeitraum August 1939 mit November 1942. Band 2 den Zeitraum Januar 1943 mit März 1945. Der Band seiner Aufzeichnungen zur Judenverfolgung beginnt mit der Reichspogromnacht 1938 und endet mit seinen letzten Aufzeichnungen 1945. Alle drei Bände sind 2016 zuerst als E-Book und dann 2017 als Printausgabe im Skedic Verlag Passau erschienen. Der Band der Aufzeichnungen 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 Vielen Dank.